Ich durfte unglaublich viel erleben, lernen und ausprobieren in meinem Leben. Wenn ihr die Geheimnisse der Komik und der Improvisation kennenlernen wollt, dann seid ihr hier bei mir genau richtig. Ich teile mit euch Erfahrungen, Gedanken und Ratschläge, die ihr vielleicht anwenden könnt als angehende Comedians, als RednerInnen, als Menschen. Die gute Nachricht vorweg, man kann lernen, schlagfertiger zu sein. Mein Name ist Anke Engelke und ich begrüße euch bei Meet Your Master. Vielen Dank.